ja hallo leute was geht auch willkommen zu einem neuen video auf bennett zog mit king obert heute machen wir wer die meisten kids schafft leute gewinnt leute tippt schon mal in den kommentaren wer leute piste ich hole dich einfach wieder hoch ja ja ich wollte ich komm doch ist er bei dir ja hast du nicht gesagt er haut ab mit mir die die Oh, du hast die Challenge eigentlich schon längst verloren, Digga. Pass auf, du gehst auf Push, Digga, du gehst auf Push. Ich habe kein Leben mehr. Er hat mich getroffen. Ey, ich bin der Legge. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Ey, bitte, sterb jetzt nicht. Hey. Ich bin da, ich bin da. Hast du ihn getroffen? Ja, zweimal. Ja, hallo. Ich habe ihn auch einmal. Ich bin der coole Junge. Ja, ich legge. Oh, mein Gott. Ich bin auf mein Jumphead gefallen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich verlass mich heute, Digga. Jay, ich hol dich ja wieder. Was hast du zu mir? Jone, wie? Mein Gott, ich hab dich. Ich lebe doch auf Gottes, Digga. Was ist mein? Ich habe mich zu meinem, das ist nichts. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no. GG, Digga. Oh, mein Gott. Ich habe abgelegt, ich fliege mit meinen Jumpings in meinen Kills, er hoffentlich stirbt jetzt keiner, das sind Bots, oh mein Gott, der hat direkt auf mich geschossen, oh mein Gott, ich habe gerade einen Gegner am Hals, aber das sind Bots, den hole ich mir mit anderen, er trifft mich, er trifft mich, oh mein Gott, tschüss Leute, tschüss, wer hat dich denn verarscht, oh danke für den Tipp, jetzt gibt es mir einen Grundsinn, die Tippen zu verfolgen, du willst sowas von sterben schon wieder, oh mein Gott, der will meine Bots, und ich will ihn, hab ihn, erst mal mit mir die Pack heilen, der Typ hatte glaube ich sogar gute Waffen, noch mehr Gegner, keine Zeit zum Heilen, den erst mal, weil er nicht checkt, dass ich hinter ihm bin, Seiten, Ja, hallo Hab ihn, 315er Hilf, digga, ehre genehmigst, digga, und zwei Mates, okay, du kannst den Mates haben, du kannst den Mates haben, hol doch den Mates, hol doch den Mates, hol doch den Mates, hol doch den Mates, du bist so ein Bot, du bist so ein Bot, hast du den Mates? Der hat was Goldenes da, ey lass meine Waffen, digga, lass doch einmal meine Waffen, digga, ich quitte, digga, du klaust meinen Grappler, digga, ich quitte, ich hab keinen Bot mehr, das war ein Grappler, hör mal auf zu lügen, digga, ich hol mir meine Waffe, ach, das ist dieser Typ, den ich vorhin seinen Mates geholt hab, 80er Hit, hör mal auf zu lügen, was geht denn noch? Easy, Digga. Leute, Obed hat es verlassen, weil er sauer war. Junge, erst mal den Staubs. Oh mein Gott, bitte, ich habe gerade Angst, nichts dagegen, Digga. Ich habe AIM-Training gemacht, ich habe nichts gemacht, Digga, Digga, der Typ war maximal Lust. Leute, wenn ihr ein 1v1 gewaschen Bälle habt wollt, dann spielte ich 30 Likes. 30 Likes übertreib schon ein, bitte. Ja, dann mach mal 20. Leute, er meint, wenn ich gegen Obed mal spielen soll, lasst ein Likes da. Ja, ja, hör mal auf. Leute, Leute, Leute. Das ist best one ever, Digga. Zweimal muss ich erst mal. Obed, Leute. Das ist zweimal nicht. Ihr müsst Liken, Leute. Ihr müsst. Ihr müsst Liken. Ihr müsst sogar. Ihr müsst. Ihr müsst sogar. Ihr müsst. Likes noch. Da wird noch geschossen. Oh mein Gott. Dann gehen wir auf Puschen. Ganz schnell. Auf ganz schnellem Level. Ja, Leute, Digga. Der eine Body hier gefinished. Ja, keine 20er Bomb, aber. Ein Held, Digga. Geh mit deinem Grabler und mach einen Kickshot. Nein. Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Da ist das Lecker, aber. Karte. Baut ein. Baut ein. Baut ein. Baut ein. Baut ein. Wir haben die 20er Bomb. Komm. Er hat einfach die mühliche Trommel gewerft. Er hält es selber. Komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Leute, ich habe gerade gequittet um mein Leben Leute. Das war es mit diesem Video. Alle, die auf mich getippt haben, die haben recht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.